Oh, ich mach ein Dankes-Video für Abolita. Voller großer, epischer Perfektion. Ich, ich hab ne Vision. Überall sind Lichter und Musik und Tänzer. Und das Finale wird riesig. Eine herzerwärmende Rede von meiner Wenigkeit. Hm, sollen wir mit der Tanznummer beginnen? Oder mit dem Musikvideo? Vielleicht doch erst die Interviews. Gut, kann losgehen. Okay, Sekunde noch. Äh, ist alles gut, Will? Mir geht's gut, vielen Dank. Mir geht's gut. Können wir den nächsten Take machen? Das muss jetzt gut werden. Okay.